Hallo meine liebste Schau und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Valhalla. Wir werden jetzt mal mit... Äh, äh, Barit. Barit? Barit, ja. Heißer Mann. Barit. Barit? Er war es, der mir das Gift gab. Sieben Silber zahlte er. Der König Düflins. Mein König? Ich... Nur die Iren wurden vergiftet. Die Dänen sind gesund und munter. Herr... Schmeichelnde Worte und anbiedernde Geschenke, um den Verrat zu verschleiern. Herr, du weißt, dass es nicht wahr sein kann. Nordleute benutzen kein Gift und Barit ist kein arglistiger Mann. Mein König, er war es. Er sagte mir, vergifte die verfluchten Iren, sagte er. Er bedrohte mein Leben. Schweig still! Bring diesen Mann fort! Nein, nein, ich habe nichts getan. Kira, ich setzte dich an meine rechte Seite, weil dein Blick klar ist. Doch diesem Düflindänen kann ich nicht trauen. Mein König, ich habe dir treu gedient. Schenke ihm dein Vertrauen. Ich sagte still! Dänen kämpfen oft für beide Seiten. Barit, bleib innerhalb dieser Mauern, während ich deine Stellung überdenke. Zuerst muss ich Heilung für meine Krieger finden. Du weißt, mein König, ich habe eine Freundin, die fast jede Krankheit heilen kann. Ach, eine von deinen im Wald verstreut lebenden Heiden? Lass mich mit ihr sprechen. Sie wird ein Mittel finden. Nun gut, geh. Doch nimm einen Krieger zum Schutz mit. Dann wähle ich dich. Suche mich in den Stellen beim Haupttor auf. Barö, du solltest dankbar dafür sein, den Kopf noch auf den Schultern zu tragen. Das bin ich. Bei den Göttern, das bin ich. Ach Gott, das wird er noch beschuldigt. Na ja, okay, gut. Ich glaube zwar nicht, dass er es war, aber... Aber na ja, man weiß den nicht, ja. Komm, suchen wir meine Freundin Jedra. Wer ist diese Heilerin? Eine Druidin. Weise, trotz ihrer Jugend. Bist du bereit? Ich freue mich, darauf sie zu treffen. Armer Baröd, ich bin enttäuscht, dass Flann die Anschuldigung für denkbar hielt. Das Gift diente zwei Zwecken. Das Heer außer Gefecht setzen und Baröd beschuldigen. Aber wer steckt dahinter? Die Krieger husten blöd. Das muss das Gift eines Druidenordens sein. Den Kindern der Damen. Wer sind die? Als die Christen mit Feuer und Schwert kamen, schlossen sich einige Druiden zusammen. Sie schworen sich schließlich, die Christen zu vernichten. Sie wandten sich Mord und Unheil zu. Viele leben in Verkleidung unter den Dorfläumen. Wie steht es um Jedra und andere wie sie? Barödruiden stehen gegen die Daner. Doch sie sind verstreut und stehen nicht im Bunde. Deswegen bin ich so entschlossen, Flann auf den Thron des Hochkönigs von Irland zu helfen. Er wird die Kinder der Danu auslöschen, sodass Barödruiden das Erbe bewahren können. Erzähl mir mehr über deine Freundin. Jedra ist eine Druide. Ich kenne sie seit Jahren. Wir haben zusammen gelernt. Du warst einst eine Druide? Das war ich. Es gibt so viele Heiden und Druiden, die allein in den Wäldern Irlands leben. Hier entlang. Über den Fluss. Dieses Land ist beunruhigend. Ich bin mir unsicher, ob des Weges folge dem Steinkpfad so gut es geht. Okay, dann wollen wir mal. So, wo muss ich jetzt hin? Folge den runen Steinen. So, kommt sie jetzt nicht mit? Ja, also... Joa. Ah. Äh, 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 äh. Okay. Der ist ein wilder Ort. Hier sind meine Wurzeln. Okay. weil wir mal sie ist eine droidin also etwas ja das passt etwas eigenwillig hier bist du endlich bereit zu den freuden des waldes zurückzukehren jedra das ist evo ein freund leider sind wir hier um deine hilfe zu erbitten wie schade ich hatte gehofft die vorzeichen wären falsch kinder der danu ja das herr flans speit blut du weißt was nötig ist ich hoffte du fändest einen anderen weg was soll das bedeuten die kinder der danu stellten das gift her also haben sie auch den schlüssel zur heilung bernstein aus dem saft eines uralten baums der ihnen heilig ist jedes kind der danu trägt einen splitter dieses bernsteins wird er in das blut seines trägers getaucht setzt der bernstein die tief in ihm verborgenen kräfte frei ein finsteres unterfang wie finde ich einen dieser dunklen druiden einer unserer freunde versuchte herauszufinden unter welchen namen die däner nun leben er hoffte jemanden namens zaunkönig zu finden dann wurde dieser freund getötet die dänen sind wahrhaft gefährlich du könntest etwas in seinem verlassenen haus finden im norden beim handelsposten von omlapps hafen an der mündung des waller asedara ich werde diesen zaunkönig finden den bernstein in sein blut tauchen und danach zurückkehren mögen die geister dich geleiten was weiß ich über dieses kind der danu er kennt der danu die dana ein geheimer druiden orden hat jede ebene der irischen gesellschaft unterwandert um sie zu fall zu bringen finde überall in irland hinweise um sie zu tilgen enthüllen und ausschalten der kinder der danu hinweise findest du indem du der irischen geschichte volks und irland erkundet sobald du alle hinweise zu einem mitglied hast wird seine identität offenbart und du kannst es auf spüren da erkennen wir ja schon gut das kosmos odyssey und dann und die anderen typen jahre okay oder so das verlassen haus an der küsse von emblems hafen bei der mündung des blablabla okay warte mal so jetzt habe ich nur leider keine ahnung wo ich da jetzt genau hin muss okay ich habe jetzt wirklich kein blassen schimmer warte mal gibt es hier vielleicht irgendwie ein finde und tötet den sound können ich finde dein ziel über das menü kinder der danu wo muss ich jetzt sind herkosten ich habe keinen plan ich weiß es nicht ich weiß es einfach nicht wo ich jetzt hin muss so ah hier säubere den handelsposten alle das ist eine andere quest das ist eine andere quest so also ich habe was gesagt im moment absolut kein plan wo muss ich dann jetzt hin so für natürlich den zaunkönig ja also ich habe jetzt echt so warte mal ganz kurz so der handelsposten der verfolgte quest ja wie gesagt ich weiß das nicht wo ich hin soll ich muss erstmal jetzt rausfinden wo ich jetzt hin muss ich habe jetzt echt überhaupt gar keine ahnung wo das jetzt ist warte mal ich mache jetzt einfach mal hier hin so ich habe das jetzt hier zumindest ein hinweis gefunden das ist jetzt genau hier vorne hier in dieser hütte muss hier irgendwas sein hier ist etwas meine nachforschungen legen nahe dass der zaunkönig sich manchmal mit einem anführer der danan auf einer kleinen insel in lochtest trifft vor zwei nächten versteckte ich mich bei einem ritual stein im schatten um sie zu erwischen eine dunkle gestalt erschienen dann eine zweite der zaunkönig sie hört mich und ich floh ich weiß nicht wenn ich sah doch sicher ist mein leben in gefahr gut dann wollen wir doch mal gucken ja alles klar das war jetzt der erste hinweis dass wir auf den zweiten untersuche den ritual schon auf einer kleinen insel in lochtest nahe rach irgendetwas ja so was ist das so gut das denn jetzt schon wieder ist alles klar hier ist loch dings bunds da müssen wir jetzt irgendwie irgendwie hier jetzt erstmal geh ich erstmal dahin sagen warte mal wo ist jetzt meine erste markierung geblieben hm keine ahnung ach hier ok jetzt müssen wir geh ich erstmal dahin ja dann mal gucken dass wir jetzt den irgendwas finden ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Ich bin jetzt hier So, untersuche den Ritualstein auf einer kleinen Insel In Loch Techet, Nagel, Dach, irgendetwas So, aber nahe Auf einer kleinen Insel Das kann ja nur irgendwie hier irgendwie so sein Denn hier ist ja dieses Dach, Dings, Wumms Ja Klein Insel, Lach, Dings, Wumms Das musste dann eigentlich Hier so irgendwie sein Hier so Das da Vermute ich mal Warte mal, ich kann mir jetzt Vielleicht Das müsste eigentlich irgendwie hier Das da oder irgendwie sowas sein Wo soll das denn sonst sein? Nein, dann hier Ist ja nirgendswo mehr in der Insel Hier ist ja kein Gewässer Es sei denn natürlich Okay, nee Das ist ja hier dieses Loch Techet Also müsste das eigentlich jetzt Hier in dem Bereich hier sein? Aber Denn da vorne ist ja schon Das hier war Und hier gibt es aber so Das muss hier irgendwie Das muss jetzt eins von den drei Dingen Hier eigentlich sollen Meiner Ansicht nach Na also Aber irgendwie Wohl auch nicht Hm, hallo Ach, ja Nee, also Da habe ich jetzt schon wieder So ein bisschen Den Ritualstein Bei einer kleinen Insel In Loch Techet Na ja Das muss hier sein Das muss hier sein Aber Aber für mich sieht das Ja nicht aus Wie ein Ritualstein Die Dinger hier Also Das hier Das die Fähne ich auch Wie ein Ritualstein Was haben wir denn da? Ah ja Hier haben wir schon mal was Beim großen Stein Gefundener Zettel Zahnkönig Während des Festes Vorm Rachtingsbruch Solltest du das Vertrauen Dass du Dank deiner Dichtung Genießt nutzen Um kundefalsche Ereignisse Zu verbreiten Eine große Rede Brauch es nicht Bleibe lieber im Schatten Sag den Feinden Sie sollen Irland abschwimmen Und nach belieben Unheil verbreiten Tu dies unter dem Einfachen Volk Und nehme mir Könige und Priester Vor Volk Ich nehme mir Könige und Priester Vor Stück Und Stück Woche Und Woche Werden wir diese Dummköpfe Verderben Die Eiche Okay Gott ist Gott ist sie hässlich Oder ist das ein Typ Ne ist ne alte ne Gott ist sie hässlich Boah 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 So Egal Sie wurde Dichterin Bla 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 Töte den Zaunkönig Sie verbreitet Faltkunde Während des Festes Bla bla Die Heerennehmer Der Zaunkönig Als Als sie ein Kind war Na ja Töte die Nacht Bla bla Ach egal Hier komm Markieren Wo ist sie hässliche Alte Ah ok Gut Ähm So Warte mal Ja Dann sollen wir mal hin und Die Frau von ihrem Elend erlösen So Jetzt ne große Frage Ich muss sehen was Sind jetzt hier alles Feinde hier drin Oder gibt's ja auch Leutchen Ich darf mich nicht sehen lassen Meine Kapuze wäre gut Ok gut Kann ich jetzt nochmal abspeichern Falls ich draufgehe Ja Gut So Jetzt erstmal gucken Diesen Wachen entgeht nichts Oh man Hier sind doch Mehr Feinde Als mir lieb ist So Warte mal Sie ist 25 Meter entfernt Aber wer ist sie denn Wo ist sie denn Ach da Steht sie da Die da Was ist sie denn Du Reuniger Köter So du konntest dich nicht die vergiftung plante der flugstein so so weitermal wo muss ich denn jetzt ok alles klar ist ja gar nicht so weit weg von hier so war meine frage jetzt habe ich jetzt eigentlich hinweis auf den nächsten ja das kann man einmal machen jetzt gehe ich gehe ich erst einmal zurück so eine sind wir weiter Eivor! Ich fürchtete schon, dir wäre etwas zugestoßen. Mir nicht, im Gegensatz zum Zaunkönig. Möge das Blut des Zaunkönigs in die lehmige Erde sickern und den Wald mit roter Milch nähren. Gib mir den Splitter für das Heilmittel. Die Säfte des uralten Baumes leben im Bernstein fort. Das Blut weckt sie. Siehe, die tiefrote Farbe. Die Heilung wird schmerzen. Die Krieger werden sich winden und um Erlösung durch den Tod flehen. Aber nach einigen Stunden wird alles gut sein, dank sei den Geistern der Erde. Der Zaunkönig hatte eine Nachricht. Eine Nachricht? Die Vergiftung und der Planbare zu beschuldigen, stammen von jemandem namens Fluchstein. Es gibt ein Häuschen in Thuam, wo sich der Fluchstein versteckt. Vielleicht finden wir dort den Ursprung des Giftes. Wenig Hoffnung ist besser als keine. Es ist nicht weit. Gehen wir. Noch nicht. Das Heilmittel ist fertig. Du musst es übergeben, so schnell du kannst. Ich werde nach diesem geheimnisvollen Fluchstein suchen. Bring du das Mittel nach Kaschelbier. Jedem Krieger drei oder vier Tropfen, nicht mehr. Ich danke dir, meine Freundin. Auf bald. Eivor, wir treffen uns unter dem Baum südlich von Thuam. Der Fluchstein wird dein zweites Kind der Danu sein. Es gibt noch andere. Brächtest du mir all ihre Splitter, könnte ich dir einen Trank mischen, der die Macht der gleißenden Sonne verleiht. Erst erledige ich dieses Kind der Danu, dann denke ich über die anderen und deine gleißende Sonne nach. Bevor du gehst, etwas düsteres Jagdkehrer entgegen. Bitte wache über sie. So gut ich kann. So gut ich kann. Okay, ich beende jetzt hier den Part. Ich danke für's Zuschauen, was gefallen hat. Däumchen, Abo und seit der SIG soll wieder dabei. Bye, bye.